Leben als heute Steinzeitmensch Du sitzt in deiner Höhle und unterhältst dich mit deiner kleinen Sippe. Es wird der Ablauf als Jäger und Sammler besprochen. Du darfst entscheiden, ob du lieber Pflanzen, Früchte, Samenwurzeln oder Pilze in Form eines Sammlers deiner Sippe vorlegen willst. Oder du entscheidest dich für den Jäger und kämpfst taktisch mit deinen anderen Jägerfreunden gegen wehrhafte Tiere. Du und deine Gruppe anniert sich von zwei Drittel Fleisch und einem Drittel pflanzlichen Produkten. Essensreste könnt ihr einfach mit der Nachbarsitte gegen andere Ware eintauschen. Aufgrund der Entwicklung von Ackerbau und Viehzucht müsst ihr nicht mehr von Ort zu Ort ziehen, sondern könnt kleine Städtchen errichten. Die Einwohnerzahl wächst immer mehr, da jeder deiner Mitmenschen sich satt essen kann. Auch Angriffe durch Raubtiere sind dank der Erfindung des Feuers auch keine Probleme mehr. Auch dein Essen kannst du viel leichter verdauen. Als Unterhaltung dient dir eine Knochenflöte. Doch nach der musikalischen Einlage wird dir mitgeteilt, dass jemand verstorben ist. Du nimmst dein Werkzeug und wertvolle Rohstoffe mit zum Grab und legst es zu der Leiche. Danach wird die Leiche zugegraben. Zugegraben